Hallo und willkommen beim Leben auf dem Parkplatz. Ich bin jetzt seit vier Jahren mit meinem großen weißen Camper unterwegs. Die Lana ist jetzt seit sechs Monaten mit mir unterwegs. Und wie findest du das bisher so? Wir sind hier an Punta de las Muertes. Das ist eine Küstenlinie, wo Piraten früher Leichen in Höhlen geworfen haben. Der kleine süße Schotterparkplatz ist der absolute Wahnsinn. Hier kommen nur selten Leute hoch, haben eine bombastische Aussicht. Atemberaubende Wanderwege. Und wir sind jetzt hier seit einer Woche, glaube ich, jetzt fast. Manchmal muss das halt auch sein, dass man sich einfach die Ruhe antut. Die Zufahrt hierhin ist leicht bergig. Man muss da so einen Schotterweg hochfahren. Hey, ich fahre eben Internet holen. Kommst du dann später nach? Ja, sie fährt runter in ein Restaurant, um WLAN zu haben. Weil unsere Sintkarten begrenzt sind natürlich. Das wollen wir aber ändern. Schick mir einfach Koordinaten für den nächsten Parkplatz und dann komme ich nach. Und man bezahlt hierfür nicht. Ja, ich war jetzt immer noch seit vier Jahren nicht einmal auf dem Campingplatz. Es gibt hier einen bezahlten Parkplatz um der Ecke, den wir natürlich sofort ignoriert haben, weitergefahren sind. Und dann sind wir zufällig hier drauf gestoßen. Den Parkplatz hier hast du nicht in der App gefunden. Den hast du so gefunden. Genau, weil der da hinten voll war und ich wusste nicht, dass man da bezahlen musste. Bin ich einfach weitergefahren und dann... Es gibt da berüchtigte Apps wie Park4Night, wo man Stellplätze für Campingfahrzeuge finden kann. Oder ich benutze alternativ Transparking. Das ist für LKW-Fahrer. Da findet man so gut wie immer Parkplätze, die auch Duschen anbieten. Alternativ switche ich gerne zu Osman drüber. Auch eine sehr spezielle App, die das Wikipedia der Karten verwendet. OpenStreetMap. Da steht alles drin. Aber wie man auch an Lana gesehen hat, kann man einfach so irgendwo hinfahren, sich hinstellen und sein Glück versuchen. Sehr hilfreich ist dabei, wenn man einen Stealth Camper hat. Das bedeutet, dass man nicht erkennt, dass das ein Camper ist. Wenn ich hier die Tür zuschmeiße, sieht das... Habe ich meinen Schlüssel? Oh, ist nicht abgeschlossen. Sieht man nicht, dass das ein Camper ist, sondern es sieht halt einfach so nach einem Transporter aus. Etwas schäbig. Ich lasse diese Dreckslinien da extra dran. Dann will da keiner einbrechen. Das sind so die kleinen Tricks. Wir gehen mal zur Küste rüber. Das Auto kann ich hier auf jeden Fall unbesorgt offen lassen. Das ist kein Problem. Denn wie man so schön sagt, Crime don't climb. Bedeutet, dass Kriminelle keinen Bock haben, berghoch zu laufen. Sodass wir hier in aller Ruhe die schöne Küstenlinie genießen können. Ja, wir sind hier auf der südlichen Seite Spaniens. Da hinten 100 Kilometer ist Afrika. Und hier haben sich überall die Piraten bedient. Dort ist eine erste Höhle. Da unten ist auch der Ansatz einer Höhle. Da kann man sehr gut drin schlafen. Gehen wir aber ganz an die Kante dran. Und dort hinten um die Ecke ist ein kleines süßes Dörfchen. Da ist die Lana gerade für Internet. Mega, ne? Schaut euch das Wasser an. Kristall klar. Eine allerletzte Sache zeige ich euch noch. Nämlich die Aussicht von dort oben. Das war nämlich mal alles hier in Vulkan. Ist natürlich nicht mehr aktiv. Und hier parken wir. Da unten ist mein Auto. Lana hat mir gerade geschrieben, sie hat schon den nächsten Parkplatz rausgesucht. Und zwar die Küstenlinie da lang hinter den Bergen noch. Dahinter direkt an der Küste an einem kleinen süßen Dorf ist der nächste Parkplatz. Aber vorher haben wir noch was anderes zu tun. Denn ich hatte vorhin noch die Wäsche gemacht. Das müssen wir alles wegräumen. Die Wäsche mache ich einfach in einem Beutel. Spülmittel rein. Wasser rein. Durchkneten. Und dann nochmal mit klarem Wasser durchkneten. Hier hinterher habe ich noch eine Ecke, wo ich Sachen trocknen kann. Ist eigentlich auch viel einfacher, als ich mir am Anfang gedacht habe. Dann schauen wir, ob wir noch irgendwo Müll von uns finden. Oder picken auch Müll von anderen Leuten auf. Ich weiß, das wollen die meisten Leute nicht machen. Aber ich finde das mega cool, den Ort schöner zu verlassen, als ich den vorgefunden habe. Und schmeiße den Müll vorne in den Fahrerraum, damit ich den unterwegs wegwerfen kann, wenn ich einen Mülleimer sehe. Einmal alles absichern und los geht's. Ja, da sind wir. Es ist extrem windig. Lanas Auto steht hier vorne direkt. Sie ist gerade bei mir im Auto und kocht was Leckeres. Tanzen macht das Essen leckerer. Wir stehen zwar genau hier an solchen Wohnapartements. Aber ich denke, das wird in Ordnung gehen, weil hier stehen noch andere Camper. Beim reinfahren habe ich hier noch so ein Schild gesehen. Wohnmobile und Anhängecamper dürfen hier aber nicht herfahren, weil es wahrscheinlich da hinten zu eng ist zu wenden. Ansonsten könnte man auch hier stehen. Aber da unten ist es auf jeden Fall wesentlich schöner. Und auf jeden Fall auch wesentlich windiger. Aber Wind ist eigentlich voll geil, weil das die Hitze dann abträgt. Und man kann ja einfach die Schiebe dazu knallen. Dann kriegt man davon auch nichts mehr mit. Ich glaube, es ist so windig, weil hier so eine Schneise ist. Ein Kanal einfach. Ja, so ein Windkanal, genau. Boah, das ist aber heftig. Ich hatte eben noch Nachbarn hier. Ein paar Camper, die hier versucht haben zu essen am Tisch. Die sind direkt wieder abgehauen. Weil der Wind ist schon ziemlich krass, du. Wie kam es eigentlich auf den Parkplatz hier? Park for Night. Es gibt auch nicht so viele, die eingetragen sind, wenn er richtig krass in der Pampa. In manchen Gegenden ist auch Überfallrate recht hoch oder Einbruchrate. Und das ist das Beste, was du hier gefunden hast, dann die Küste entlang so, ne? Ja. Einfach so ein Fischerdörfchen hier, ne? Ja, es war mal ein Fischerdorf und jetzt wurde das wohl umgewandelt zu so einem Luxusörtchen. Und irgendjemand hat gesagt, Hippie Survivors, was auch immer das sein soll. Hippie Survivors? Ich weiß auch nicht. Das werden wir rausfinden. Das ist garantiert auch ein Camper. Ein Luxusding, ne? Da hinten steht noch ein Camper, aber da kommen die gerade rein. Das sind unsere Nachbarn. Hier sind mega viele Camper auch. Also ich denke, dass man hier auch semi-permanent wohnen. Hola. Hola. Ist schön, ne? Wahnsinn. Das ist einfach ein kleines, süßes Fischerdörfchen, ne? Alana macht schon Fotos. Das ist echt der Hammer. So, fünf Minuten vom Parkplatz entfernt. Ja, das Geile ist natürlich immer, man ist an super interessanten Orten. Und man sitzt nicht den ganzen Tag im Auto, weil ich öfters die Frage kriege, wie ich darauf komme, im Auto zu leben. Und jetzt ist die Sonne auch weg. Selbst an den Bergen da hinten verschwindet sie so langsam. Da geht man dann wieder zurück und das Auto ist hier um eine Ecke. War es aber ganz schön windig, oder? Geht so. Schön in die Butze rein. So, meine süßen Schokohäschen. Und die abendlichen Stunden verwende ich immer damit, dass ich arbeite. Zum Glück braucht man nicht so viel arbeiten, wenn man auf dem Parkplatz lebt. Aber ein bisschen ist natürlich immer vonnöten. Und abends hat man einfach keinerlei Ablenkung. Könnt ihr die Musik hören? Das ist echt Spanien, ne? Ja. Das ist einfach Spanien. Die feiern immer, überall, jederzeit. Ich weiß nicht immer, was für einen Grund. Heute ist Donnerstag. Ich weiß nicht, was? Heute ist Donnerstag. Ja, und die Touristen sind jetzt weg, ne? Das wird die Feiern. Genau. Touristenfreiheit. Ach, der Stopp, Stopp. Wir sind zum Essen eingeladen. Danke für die Spende. Sofrieden? Lecker? Ja, Lana und ich haben uns hier sofort wohlgefühlt auf dem Parkplatz. Wie man gestern noch auf den Aufnahmen gesehen hat, ist hier alles beleuchtet. Das ist wirklich traumhaft. Einziges Problem ist, die Sonne geht dort auf, wird sogar noch vom Meer gespiegelt und ballert hier ultra heiß hin. Lana und ich hatten da noch gestern drüber gesprochen, während die Kamera aus ist. Man muss immer darauf achten, wo die Sonne aufgeht. Ansonsten wird man übel geweckt. Es gäbe die Möglichkeit, dass man sich morgens das Bett nicht selber machen muss. Aber ich persönlich liebe es, weil man direkt was zu tun hat. Und man den Tag damit beginnt, dass man was geschaffen hat. Auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist. Das Wasser, was wir hier in den Abguss gießen, das landet unter dem Auto in einem Grautank. Und genau dasselbe mit der Toilette. Das landet alles in einem Pipi-Tank. Die kann man je nachdem, wo man ist, in den Gully abschütten. Oder es gibt spezielle Wasserentsorgungsstellen für Wohnmobile, wo man einfach ein Loch im Boden hat und das dann ablassen kann. Ich persönlich benutze keinerlei Chemikalien bei Toilette oder bei der Spüle. Weswegen ich auch denke, dass es vollkommen okay ist, das in einen Gully zu schütten. Also unterscheidet sich das letzten Endes auch nicht großartig von einem Haus. Und? Wie hast du geschlafen? Wie fandst du den Platz? Der ist cool, ne? Ja, es war mega ruhig. Gucken wir, ob es irgendwelche Nachbarn gibt hier. Ja, der Holländer. Ich glaube, der Holländer, der pennt aber nicht hier im Auto, sondern der pennt woanders. Man hat ja auch schließlich immer wieder die Möglichkeit, einfach in einem Hotelzimmer zu pennen, dort zu duschen und alles Mögliche, ne? So, die Lana war vorhin an einem Café wegen des Internets. Und ich möchte euch einen Trick zeigen, wie ich das manchmal mache. Wie bereits erwähnt, haben wir unsere SIM-Karten ganz normal im Handy drin. Ich habe noch einen Router verbaut hier hinten, der eine externe Antenne hat. Die kann ich rauspacken, benötige ich aber meistens nicht. Im Router ist auch eine SIM-Karte drin mit ganz viel Datenvolumen. Aber manchmal steht man hier irgendwo in der Nähe von einem Café oder sowas, wo man, wie Lana es eben gemacht hat, das WLAN benutzen kann. Und aus dem Auto heraus kann man so ein Ding benutzen. Das ist eine WLAN-Antenne und zwar eine sehr starke. Wenn ich jetzt also mein Datenvolumen von den Karten nicht verbrauchen will, dann hänge ich sie mir einfach hin, richte sie auf das Café aus und habe unendlich Internet. Ich glaube, die Antenne kostet unter 100 Euro. Ich weiß nicht, ob das die Danetz immer noch gibt. Das ist aus England importiert, glaube ich. Das ist eine ganz spezielle, aber herkömmliche bekommt ihr auch auf Ebay oder Amazon. Wird mit USB verbunden mit dem Laptop. Ich habe an meinem Laptop dann noch die Möglichkeit, einen Hotspot hier aufzumachen und dann hat man halt WLAN mit dem Café-Internet. So kann man sich jetzt auf dem Parkplatz richtig bequem machen. So wie ich das rieche, macht Lana schon Essen? Im Auto, das sieht so geil aus. Das ist so abgefahren. Oh, schönes Auto. Oh, die Tür ist offen. Was macht er? Ist am Kochen. Da sind Leute und hier ist die Küche. Was ist denn mit? Auf jeden Fall. Ja, was willst du? Komm. Ja, und das ist ein Parkplatz hier in dem kleinen Dörfchen. Ich kann dort gar nicht filmen, weil es da so ultra windig ist, dass man dann einfach gar nichts versteht. Wir drehen jetzt noch eine kleine Runde durch das Dörfchen, um zu gucken, ob es hier noch was gibt. Aber anscheinend eher nicht. Man geht echt los und ist nach einer Minute am anderen Ende des Dörfchens. Die ganzen Camper bleiben eher unter sich. Man holt ja hier, oder man holt ja hier keine Stühle raus und macht sich breit oder sowas. Hier geht es dann wieder zurück zur Küste. Und weiter können wir nicht laufen. Ja, wir haben hier einfach schon alles abgegrast. Hier haben wir die Küstenlinie. Sieht echt toll aus. Jetzt sieht man es nochmal genauer. Das ist echt ein winziges Dörfchen. Das heißt, ich würde Lana vorschlagen, dass wir weiterfahren. Das hier ist Park4Night. Camper dürften das kennen. So, und ich zeige euch jetzt meine Einstellung. Kostenloser Wohnmobilplatz. Wohnmobilplatz ohne Dienstleistung. Umgeben von Natur. Parken Tag und Nacht nehme ich auch. Offroad nehme ich auch gerne. Man kommt oftmals trotzdem hin. Und jetzt, wonach ich noch sehr gerne Filter, sind Aussichtspunkte. Da haben wir hier unten an der Küste La Isleta del Morro. Hat eine tolle Aussicht. Ist direkt am Wasser. Ja, Berge. Da kann man nichts sagen. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Dann schaue ich hier noch rein und suche nach den schlechtesten Kommentaren. Um halb eins hat Musik angefangen. Viel Lärm wegen einem Restaurant. Ja, aber keine Einbrüche. Keine wütenden Einwohner. Das sieht doch sehr gut aus. Die Koordinaten gehen direkt an Lana. Und hast du Koordinaten bekommen? Ja. Hast du dir angesehen vorher? Nein, oder? Nein. Okay, fahren wir mal einfach raus. Ich habe keinen Bock mehr auf den Winter. Da wären wir. Man merkt, es ist immer noch windig. Super tolle Aussicht. Und ich habe mich hier ganz eng reingequetscht. Ganz am Ende der Straße. Lana hat sich hier vorne reingequetscht. Das ist natürlich hier eine ganz knappe Kiste. Der mit dem Porsche. Naja, der wird mich nicht wundern, wenn der irgendwann mal zerkratzt wird. Hier vorne haben wir direkt ein Restaurant. Da geht es zum Dorf runter. Die Lana steht hier. Ich stehe dort. Oh geil, da unten sind direkt die großen Mülleimer. Kann man alles loswerden. Klein und süß. Und drumherum gibt es gar nichts. Berge, Berge, Wasser. Berge, Berge. Ja, vom Wind ist besser. Aber hier die Parksituation ist ja absolut katastrophal. Ja, genau. Der Porsche, ne? Oh, Alter. Richtig gut steht er hier. Hier parken alle Schönen da drin. Und der stellt sich einfach hier so voll in den Weg. Da kommen die Nächsten und die müssen sich auch da lang quetschen. Unglaublich, ne? Aber lass uns den Stress abbauen, indem wir einfach eine schöne Aussicht genießen. Der ist auch geil hier, ne? Und die ganze Fülle des Dorfes in einer Minute zu Fuß erreichbar. Geil. Was wollen wir ein schönes Kochen? Weiß ich nicht. Ich fange einfach an, was zu kochen und du reparierst das dann. Wen beobachtest du denn? Die beiden. Die da herlaufen. Ich würde mich wundern, wenn ich acht habe. Ja. Wen? Mich würde das nicht wundern, wenn ich vor Hunger habe. Ich habe Hunger. Ach so, ich dachte, ich habe den Asi gefunden, den der Pater gehört. Wir kriegen neue Nachbarn, neue Nachbarn. Neue Nachbarn. Ja, neue Nachbarn. Oh mein Gott, das vertreibt die bestimmt überhaupt nicht. Hallo, hallo. Ja, lass mal die Wäsche wegschieben. Guck der? Ich glaube, der guckt. Naja, guckt nach dem Fahrplatz. Oder fragt sich, ob er hier reinpasst. Packt er aber nicht, weil sonst keiner mehr herauffahren kann. Ich laufe gut. Na? Komm gut nach Hause. Danke. Boah, was für ein Betrieb hier. Lana? Ja, guten Morgen. Lana mal wieder unterwegs. Ich habe doch gesagt, dass man hier stehen kann. Mal gucken, ob die noch irgendwas Interessantes gefunden hat. Aber so ist es überall irgendwie hier in der Küste Spaniens. Man hat immer wieder so kleine, süße Dörfchen. Weil Spanien halt ein riesiges Land ist. Und so viel Bevölkerung haben sie dafür nicht. Ja, an solchen Parkplätzen wie hier kann Lana nicht einfach die Gitarre rausholen und drauf losspielen. Deswegen muss sie sich immer entfernen. Jetzt ist sie hier am Strand. Ist ja auch ziemlich inspirierend. Aber die letzten zwei Parkplätze, die wir jetzt gesehen haben, die waren doch schon echt irgendwie sehr beschränkend. Wolltest du noch hierbleiben oder sollen wir heute weiterfahren? Dann können wir jetzt weiterfahren. Okay, dann suche ich was raus. Ja. Wir können uns hier nicht breit machen, weißt du? Ich will wieder so mich frei bewegen können und sowas. Ich glaube, deswegen stehen alle da. Ja, aber da darf man nicht nachts überstehen eigentlich. Steht auf dem Schild. Ich suche was raus. Ich komme gleich raus. Okay. Also ich hätte dann den nächsten Parkplatz in Almeria selber. Weil hier unterwegs auf dem Weg dorthin, da gibt es einfach gar nichts. Da gibt es dann solche Parkplätze, wo du in den Bergen einfach auf dem Sand stehst. Der ist etwas außerhalb von Almeria. Ein Kilometer bis man wirklich in der Stadt ist überhaupt. Vielleicht können wir dann irgendwie Bus oder Bahn nehmen, um reinzukommen. Ja, klar. Okay, Koordinaten schicke ich dir wieder. Boah, was für ein Trip. Da wären wir. Das ist einer der schönsten Park oder besten Parkplätze in Almeria. Ja, ehrlich. Wow. Wow, ey. Okay. Almeria ist bekannt dafür, dass es hier sehr kriminell ist und bekannt für das Plastikmeer, wo halt das Gemüse für ganz Europa hergestellt wird. Wenn auf eurem Gemüse als Herkunftsort Spanien steht, dann ist es Almeria gewesen. Auf jeden Fall. Und dadurch gibt es viele Immigranten, die reinkommen ohne Papiere und dann dort in dem Plastikmeer arbeiten, wodurch es viel Konflikt in den Straßen gibt und dementsprechend sehr viel Kriminalität. Und hier pennen wir heute Nacht. Auch habe ich das erste Mal seit langem wieder Straßenhunde gesehen. Zuletzt glaube ich in Albanien. Als ob Almeria so die nächste Etappe irgendwie einläutet, weißt du? Ja, stimmt. Das ist anders hier, ne? Sehr anders. Also im Vergleich zu diesem Fischerdörfchen, das ist so Cut, Boom, Neuwelt. Ja. Was willst du machen? Erst spazieren gehen oder kochen? Durch den Park. Ich habe keinen Platz. Ja, ich will auch nach der Fahrt. Ich muss mich bewegen. Okay, wir stehen offensichtlich direkt neben einem Park. Oder was ist das? Was ist denn das? Das sieht ja eher sehr friedlich aus. Hier, mit einem Campingtisch unterwegs. Ah, das ist einfach nur ein Park. Ja. Aber du hast das? Ja, das ist cool. Das ist echt entspannt hier. Eine Frage. Tocke Musik ist gut hier oder nicht? Ja, das ist das. Wie ein Camp? Ja, das ist gut. Oh, ja. Okay, gut. Ich dachte jetzt. Ich dachte jetzt. Ich bin müde gekommen. Ja, ich bin müde. Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was er gesagt hat. So, hier blubbert das schöne kleine Süppchen. Und jetzt guckt mal, wie dunkel es draußen geworden ist. Es ist einfach knallschwarz. Es ist ultra dunkel, Lana. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Die Suppe, die ich hier mache, die ist ultra extrem heiß. Scharf, meine ich. Ich mache dir Spiegeleier. Und die kannst du dann in den Wrap reinhauen, ja? Boah, alter. Piep, piep, piep. Wir haben das Ganze lieb. Guten Appetit. Das Essen war vorzüglich. Den ganzen Abwasch, den ich vor der Kamera verstecke. Den mache ich morgen. Wir haben versucht, stirbt langsam zu gucken, aber wir sind dabei voll weggenickt. Wir sind abends da noch ein paar Autos vorbeigefahren. Hier gibt es einen Kreisfecker um der Ecke. Da hat jemand versucht, Donuts zu drehen. Ohne Erfolg. Das ist Loser. Okay, ich hau mich jetzt ins Bett. Mal schauen, ob heute Nacht auch was passiert. Ja, eine sehr interessante Nacht. Ich habe geschlummert wie ein kleines Bärchen. Lana war aber die ganze Zeit wach, weil sie sagte, nachts kamen auch irgendwelche Leute vorbei mit einem Mädel und die haben sich gestritten und das war so laut und ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ja, so ist es, wenn man sich einer großen Stadt nähert. Und wie man auch hier sieht, wird alles total schäbig. Es liegt überall Müll herum. Irgendwann stumpft man halt so ein bisschen ab. Mir ist das persönlich total egal. Ich würde wirklich bevorzugen, die Fahrzeuge hier zu lassen und dann irgendwie mit dem Bus nach Almere reinzufahren und die Stadt zu entdecken. Die Lana liegt immer noch im Bettchen und ich muss das Video rausbringen. Deswegen bin ich so ungepflegt. Ich hoffe, das ist okay. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns unterwegs.